Schauen sie sich mal diesen Ford an. Der leistungsstarke Benzinmotor dieses Autos ist an ein manuelles Getriebe gekoppelt. Im sportlichen Interieur finden sich praktische Sitze und schöne Bezüge. Die helle Xenon Beleuchtung verbessert die Sicht und macht das Fahren im Dunkeln weniger anstrengend. Möchten Sie mehr über dieses Auto wissen? Dann kontaktieren Sie uns für eine Probefahrt.